Yo Leute, Willkommen zu einem neuen Video, wir zacken heute Eggwars Falls ihr es noch nicht kennt, das ist praktisch genau dasselbe wie Badwars, man hat hier halt so ein Ei, das kann man abbauen und beschützen und so weiter und so fort Ähm, nur dass man sich hier ein paar mehr Sachen kann, Sachen kaufen kann glaube ich Zum Beispiel Lucky Blöcke, genau Und man kann diese Spawner upgraden, das kann ich hier so grad mal machen Zack, der ist jetzt noch Level 2 Das heißt, da kommt jetzt mehr raus, dasselbe kann ich hier auch nochmal machen Nice Na, und den Diamantenspawner muss man später erst noch aktivieren Oh, guck mal, wir sind gleich schon tot, denke ich Woah, oh Gott, da hab ich grad nochmal Glück gehabt Dieses Ei kann man nämlich auch mit einem Schlag abbauen, ist das Problem Und deswegen war das grad eine ziemlich gefährliche Situation Ja, da ist er nämlich wieder, der Junge So, jetzt geh ich zu ihm rüber Bro Er hat sein Egg jetzt nämlich nicht eingebaut Zack, das ist weg Jetzt kann ich ihn gleich mit ein bisschen Glück Vielleicht killen Ist auch schlecht gebaut Okay, ich geh jetzt mal wieder auf meine Insel Er ist wieder da Okay Kann ich gleich auch noch eben mein Bett ein bisschen besser einbauen Er war irgendwie so Oh Gott, da vorne kommt schon wieder der Nächste Das ist jetzt nämlich nicht ganz so geil Ja, da ist er Ich glaub, der andere hat schon wieder keinen Bock mehr auf uns Aber den hier Um den müssen wir uns natürlich Sorgen machen Knockbacks, den gibt's hier nicht, ne? Nee Oh Gott Der kriegt mich Ach du Scheiße Ja, jetzt haben wir ein Problem Ja Ah, Mist Ich glaub Ja, da Oh Bro, ich kann nicht laufen Haben wir jetzt keine Chance Und sind down Ja, schade Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, würde ich sagen Oh, ich seh grad hier Bestes Timing Hier gibt's über Kids Boah, ich kann mir leider keins leisten Ja, wie ihr seht Sind wir hier grad schon in der Teamrunde Und, ähm Ja, ich muss gar nichts mehr erklären, ne? Von daher Sehen wir uns wieder, wenn was Aufregendes passiert Okay Wir haben jetzt schon ein bisschen Equip Das heißt Wir probieren jetzt mal Die Typen da vorne Weg zu wrecken Ich glaub, die haben uns nicht bemerkt Okay Soviel zu dem Thema Hoffentlich komm ich hier rum Ja, ist down Und der ist auch down Sehr schön Wo ist der nächste? Da unten Ja, haha Gut War jetzt kein Sehr krasser Kill Haben die den Dia-Spawner schon aktiviert? Das kann man nämlich auch mit Dia-Spawner Hab ich ja schon gesagt Eben, ich weiß es nicht Vier Dia-Spawner Sehr schön Dann kann ich das bei unserer Base-Mate machen Und dann können bei uns in der Base auch Dia-Spawn Wie der Name Dia-Spawner vielleicht schon sagt Müssen wir dafür nicht extra in die Mitte rennen So, ich bin grad dabei Das Bett ein bisschen mit Obsidian einzubauen Ich wollte dich nur eben auf dem Laufen halten, ne? Und fertig Da drin Oh nice Da drin sind jetzt irgendwie 6 Obsidian oder so Und boom Diamant-Spawner auf Level 3 Holy shit Woher hat der die Rüstung? Waren er so viel eher in der Mitte? Oh, 20 Dia-Spawner Ich dachte, ich brauch schon 10 So, ich hab mal eben ein paar Lucky-Blöcke besorgt Und ich würd sagen Wir öffnen die jetzt einfach mal Wow Ein paar XP Ja, warte, ich komm gleich Dia-Brust Noch ein Dia-Brust Danke dafür Okay, ne Dornhose Und ein Emerald-Block Brauch ich den Link wofür? Ich glaube nicht, ne? Ach Na, egal Grad Starten wir mal eben Team Orange Ist das, ich glaube, ne? Oder Team Gelb Ich glaub Team Gelb Starten wir gerade Besuch ab Geht das? Ne, es geht mit der nicht, ne? Sauber Okay, scheinbar geht's noch Vielleicht haben wir's noch Nur in dem Modus so gemacht Sehr schön Er hat's abgebaut Einer von denen ist auch schon down Ja, Team Gelb war's Okay Was da hinten ist Team Orange Alles klar Was er denn für eine Maschine? Er rennt hier einfach durch Zerstört hier alle Eier Läuft Ab in die Mitte Oh, das ist guter Loot hier Alles klar Oh Alter Nein, Physikmaster ist down Scheiße Wir wurden da gerade angegriffen Ich hab's gefällt Die Aufnahme weiterlaufen zu lassen Mist Aber ich hab Sieben Lucky Blocks Und wie viele waren das? 25 Dias mitgebracht Ich denke mal Damit kann man sich Ganz gut equippen So, und da sind wir wieder Dann öffnen wir die jetzt mal eben Nein, nicht! Okay Es hat sowieso nichts kaputt gemacht Nice Die Sounds fucken gerade überhaupt nicht ab Dankeschön Alter, nice Jeder Schlag Jetzt hat er einen negativen Effekt Der ist nice, der Stick Der ist echt nice Die Erschwert Joa Rettungsplattform Das ist auch nice Das ist auch echt nice Nice Auch ein guter Trank Rolldäpfel auch nicht schlecht Und der letzte Nennliche Gummibär Sprungkraft 1 Wenn ich jetzt nur einen Zar hab Ne, nur wenn ich eine Hand halte ne Ne, wenn ich eine Hotbar hab Eis, Sprungkraft 1 Weiß nicht, ob mir das was bringt, aber Trotzdem, Dankeschön Was? Man kann sich hier Permanente Fähigkeiten kaufen? Nice Ja Hab ich Haben wir aber leider nicht genug Dias für Das muss ich mir echt mal merken Auf geht's Nach Orange Die lieben Als Letzte nur noch Das freut sich glaube ich nicht Sprint ich gerade? Ja Okay Aber sind sie nicht da? Sind wir auch bei Orange? Nee, ich finde nicht ne Was ist denn der? Besser Wohin erkennt man das Ah, okay Wow Ich bin tot 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 Hey Was? Was zur Hölle? Wieso hab ich da Falsschaden bekommen? Ja, geil Oh Gott Oh nee Ist ja auch down Scheiße Oh Gott Ah, das sind beide Nee, da hab ich gerade gar keinen Bock drauf Oh, hoffentlich komm ich weg Ja, traust dich nicht, ne? Was sagt der, der gerade weggerannt ist? Oh Gott, die sind bei uns Die sind bei uns Oh shit Okay, ich muss Jetzt so schnell es geht zu denen Und probieren DNA abzubauen Er ist hinter mir Ich hab keine Chance Und dann mach ich auch noch fest Dankeschön Komm Ein bisschen Ein bisschen Glück Ein bisschen Glück Oh ja, gut Da kann der zweite auch noch Schade GG Ah, mir ist gerade aufgefallen Dass ich die Musik vergessen hab Egal Jo Leute Falls euch das Video gefallen hat Dann lasst mir die Feedback da Und Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Genau Ciao